Hallo und willkommen zurück bei Logistics4U. Ja, die praktischen Prüfungen stehen an und da möchte ich mit euch über ein Beispiel für eine mögliche praktische Prüfung reden. Und zwar wird das hier aus Lernwelt 1 das Güter kontrollieren. Jetzt nicht der Abschnitt, wo der Fahrer noch dabei ist, sondern erst ab Schritt 2, wo der Fahrer schon weg ist und wir die eigentliche Warenprüfung machen. Ja, ich habe hier auch aufgelistet, worum es dabei geht. Wir überprüfen auf Beschaffenheit, Art, Quantität und Qualität und reden noch über die Dokumente, die dabei eine Rolle spielen könnten. Also Lieferschein, Bestellschein, Tatbestandsaufnahme, Wareneingangsschein. Aber bitte nicht vergessen, bei offenen und versteckten Mängeln habt ihr Rügefristen oder Anzeigefristen, die ihr einhalten müsst. Das habe ich hier auch einmal kurz aufgelistet und dann würde ich sagen, starten wir. So, ich habe hier mal was vorbereitet. Wir haben hier also ein verschlossenes Paket. Wir haben eine Liefertasche, in der halt der Lieferschein Schrägstrich Rechnung, hier seht ihr es, drin liegt, den wir als erstes erstmal herausnehmen. Grundsätzlich, ihr habt ja den ersten Schritt schon gemacht, also die Ware ist am richtigen Ort angekommen und für euch bestimmt. So, ich habe hier einfach mal einen Lieferschein vorbereitet. Ihr seht das, der hat fünf Positionen. Das ist gleichzeitig auch die Rechnung, das steht hier oben rechts. Ja, als nächstes wird der Karton geöffnet. Ich mache das grundsätzlich mit meinen Teilnehmern immer so, wenn eine Wareneingangsprüfung, also der zweite Schritt durchzuführen ist. Es wird erstmal alles ausgepackt. Wir machen auf, das Verpackungsmaterial wird weggelegt und wir legen uns die Waren, so wie hier zu sehen, das einfach mal zurecht, damit wir sie nach und nach auf dem Lieferschein finden können. Ich habe das hier, wie gesagt, mal schön dargestellt. Auf der rechten Seite haben wir die ausgepackten Waren. So ungefähr könnte es bei einer praktischen Prüfung auch auf euch zukommen. Und dann fangen wir an, die einzelnen Artikel zu suchen. Hier als erstes, wie man sehen kann, einen Anspitzer. Den müssen wir jetzt auf dem Lieferschein finden und abhaken. Grundsätzlich rate ich euch auch bei den Prüfungen, hakt euch das, was ihr gefunden habt, ab. So, hier an Position 2, da befindet sich der Anspitzer schwarz. Wir haben die Artikelnummer überprüft, die Menge haben wir überprüft und die Produktbeschreibung passt auch. Dann setzt bitte dahinter ein OK, dass alles in Ordnung ist. Dann gehen wir über zum nächsten Artikel. Wir spielen das jetzt einmal durch. Das sind jetzt verschiedene Artikel. Bei so einer praktischen Prüfung kommt es ja auch darauf an, dass ihr dann die verschiedenen Fehler findet, die die IHK bzw. die da eingebaut sind und die halt auch beschreiben könnt. So, hier den zweiten Artikel, diesmal Position 1, ist auch alles richtig, wird abgehakt und wir schreiben hinten ein OK rein. Bei Prüfungen habt ihr an dieser Stelle ein separates Kästchen, wo ihr dann eintragen müsst, ob es OK oder halt nicht OK ist. Hier bei dem Mini-Tacker, dem Mini-Heftgerät, der ist hier an Position 3. Also ich habe das auch ein bisschen durcheinander gemacht, so wie ihr es halt auch bei der Prüfung oder wie es bei der Prüfung sein könnte. Wichtig ist immer, sucht die Artikelnummer. So ein Tipp von mir, manchmal ist die Artikelnummer nur falsch und so die letzten Zahlen sind verdreht. Das kommt auch schon mal gerne bei einer praktischen Prüfung vor. Und hier auch, wir haben alles gefunden. Heftgerät Mini ist da, Artikelnummer stimmt, die Menge stimmt auch. So, nun geht es weiter. Jetzt kommen wir zu den ersten Fehlern. Hier haben wir Bleistifte der Stärke H auf dem Lieferschein. Und wie ihr seht, ja, es ist Stärke HB. Die Artikelnummer ist da unten. Die stimmt in dem Fall leider auch nicht. Also haben wir hier schon den ersten Fehler gefunden. Ich habe jetzt hier zwar bei Liefermenge 2 einen Haken gemacht, müsst ihr aber in dem Fall nicht, wenn ihr einen Fehler gefunden habt. So, dann bleibt noch ein Artikel über. Jetzt müsste der Metalllocher kommen. Müsste. Wie gesagt, wir haben hier in der Lieferung sogar einen ganz offensichtlichen Fehler. Hier steht nämlich an Position 5 Metalllocher mit einer bestimmten Artikelnummer Menge 2. So, und wie ihr seht, wir haben zwei verschiedene. Hier, da, da steht die Menge 2. Bleibt ja jetzt nicht mehr viel über, was man noch suchen könnte. So, und hier müssen wir einfach sehen, wir gucken uns die Beschreibungen an der verschiedenen Locher. Wir gucken uns die verschiedenen Artikelnummern an und stellen halt fest, oh verdammt, hier ist nur einer richtig. Der zweite ist falsch kommissioniert worden und uns dann dementsprechend falls zugesendet worden. So, wie ihr seht, am rechten Rand dreimal OK, zweimal Fehler und wir haben den Lieferschein korrigiert beziehungsweise schriftlich ergänzt. So, das habe ich jetzt hier auch nochmal schriftlich zusammengefasst. Es ist wichtig, dass ihr halt solche Fehler findet. Es kann auch wirklich nur der Dreher in der Artikelnummer sein und schon ist der falsche Artikel kommissioniert worden. So typische Kommissionierfehler kennt ihr ja schon und ihr müsst das halt auch beschreiben können. So, als nächstes kommt die Tatbestandsaufnahme. Hier werden alle Fehler eingetragen, die ihr gefunden habt. Ich habe das hier auch mal anhand eines Beispiels komplett ausgefüllt. Und bitte denkt dran, wenn ich in der Prüfung sitze und korrigiere diese, was fällt mir immer auf, verdammt, die Leute vergessen das Ding zu unterschreiben. In dem Fall, an diesem Prüfungstag seid ihr die Prüfer, die Kontrolleure dieser Warenlieferung. Also müsst ihr auch das aktuelle Datum von dem Prüfungstag eintragen und ihr müsst euren Namen drunter setzen. Macht ihr das nicht, gehen euch womöglich unnötige Punkte, also ihr verliert unnötigerweise Punkte. Wenn wir jetzt diese Tatbestandsaufnahme fertig haben, kommt der Wareneingangsschein. Und da werden alle richtigen Artikel eingetragen. Sprich, das, was ihr alles grün abgeagt habt, kommt dann rein. So, ich habe das hier auch nochmal aufgezeigt. Das Wareneingangsdatum steht in der Aufgabe, beziehungsweise das ist das aktuelle Prüfungsdatum, die Lieferscheinnummer, der Lieferant, beispielsweise DAL. Das muss euch einfach auffallen, dass das DAL in dem Fall ist, weil es ist im Text vorgegeben. So, also des Weiteren, bitte schreibt sauber, schreibt ordentlich alles untereinander. Und wenn ihr in solchen Aufgaben eine Bemerkung reinschreiben müsst, das seht ihr jetzt hier auch, dann so genau wie möglich. Schreibt nichts Unnötiges hin, nichts, was nicht zur Aufgabe gehört. Es wird wirklich meistens direkt abgefragt, um welche Art von Fehler handelt es sich. Ihr kennt ja die vier verschiedenen Kategorien, um die es dabei geht. Einmal Fehler in der, sag schnell, Fehler in der Quantität, also ein Mangel in der Quantität. Wir haben eine Über- oder eine Unterlieferung. Da müsst ihr das halt dementsprechend angeben. Wir haben einen Mangel in der Art, also ein komplett falscher Artikel, so wie hier auch mit dem Locher. Einer ist richtig geliefert worden und einer war komplett falsch. War zwar ein Locher, aber nicht der, der bestellt war. So, dann Fehler in der Qualität, wenn nicht die richtige Güte vorhanden ist. Dann haben wir noch einen Fehler in der Beschaffenheit, also das kennt ihr auch. Das sind die typischen Kratzerbeschädigungen an der Oberfläche. Sowas müsst ihr halt wissen. Grundsätzlich schaut euch das Video ruhig nochmal an. Es ist jetzt ein kurzes Video, das weiß ich, aber ja, zwar viele Bilder, aber eigentlich wenig gesprochener Text, weil es ist auch eigentlich nichts Großartiges. Ihr müsst euch halt daran gewöhnen, sauber die Dokumente aufzulisten. Wenn ihr in die Prüfung geht, ihr habt, ich weiß nicht, ob es kommt, aber es könnte kommen. Wenn ihr eine Wareneingangsprüfung habt, legt euch die Dokumente sauber nebeneinander. Ihr müsst nicht alle auf einmal bearbeiten, aber bearbeitet die, die auch zusammengehören. Also den Lieferschein. Damit vergleicht ihr in erster Linie erstmal die Artikel, die gesendet wurden. Wenn ihr das alles habt, da die Fehler auch gefunden habt, könnt ihr das auf der Tatbestandsaufnahme eintragen, immer unterschreiben und unten ankreuzen, wenn solche Felder vorhanden sind, welche Dokumente ihr dafür hattet. Sprich, der Lieferschein ist dabei, also muss der angekreuzt werden. Wenn eine Rechnung zusätzlich dabei liegt, wird auch die benutzt und unten aufgelistet mit dem Kreuzchen. Wirklich. Versucht, die Dokumente so sauber wie möglich auszufüllen. Kritzelt nicht unnötig drauf rum. Streicht, wenn es geht, nichts durch. Nichts durch, ja. Streicht nichts durch. Und versucht einfach grundsätzlich sauber und strukturiert zu arbeiten. Füllt das aus, was ihr könnt. Im Text werden viele Hinweise gegeben. Zum Beispiel der Name des Lieferanten, den ihr da eintragen müsst. Oder ja, das Unternehmen, dass euch die Pakete, das Paket, die Lieferung gebracht habt. Das wird meist so in dem Nebensatz erwähnt. Ich kenne das aus meinem Unterricht. Da ist es dann immer DAL. Je nachdem, was die IHK da reinsetzt, tragt es ein. Alles, was ihr nicht eintragt, sind verschenkte Punkte. Und gerade bei einer praktischen, da wollt ihr ja glänzen. Da wollt ihr ja zeigen, dass ihr es voll drauf habt. Die Theorie habt ihr auch schon gemeistert. Und nun, jetzt kommt die Kür. Und da wollt ihr ja keine Punkte liegen lassen. Ne, auch wenn es keine Eins wird. Vielleicht wird es eine Zwei oder eine Drei. Hauptsache, ihr besteht das Ding und verschenkt keine Punkte. Ja, dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich lade das Video hoch und werde versuchen, die Dokumente separat nochmal unter dem Video einzufügen. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Lernen. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.